Ja, was war's? Ja. Schnell hinfliegen und Ulti machen. So. Hä, Ulti dahin? Alter, wenn ich Ulti hab, kann ich alle drei Sekunden eine scheiß Granate werfen, wie es die brutal ist, böse ist. Und ich heil doppelt so viel Schaden aus, Alter, das ist richtig. Alter, diese Ulti, ne, die fickt einfach mal richtig, wenn du aim hast. Ich hab alle Gegner gekillt aus dem Team. Außer einen. Wenn ich den jetzt erholbe, bin ich Boss. Und ich mach Wiesn-Loop. Wiesn-Loop, Mann. Oh mein Gott! AHHHHH!